Sando Torgelle geht raus, Nils Petersen kommt rein. Klasse Leistung von Torgelle. Da vorne hat der unfassbar gearbeitet. Schoss aus 1 zu 0, war ständig unterwegs, war ein ständiger Unruheherd. Respekt vor dieser Leistung. Oh je, und jetzt wird es bitter. Jetzt kommt Mondragon, Vorbild Toni Schumacher, Sie erinnern sich. Und dafür gibt es jetzt die gelbe Karte für Mondragon. Was macht der denn? Er zeigt auch noch mal den Schiedrichter, was er von der Aktion hält. Das ist ein Typ, klasse. Und schon tobt hier das Stadion, das wollen die Fans sehen. Da ist einer, der wehrt sich mit allem, was er hat. Und das hier die Aktion von Mondragon. Und dann hat er von 2001 bis 2007 für Galatasaray Istanbul gespielt. Und dann hat er von 2001 bis 2007 für Galatasaray Istanbul gespielt. Wurde dreimal türkischer Meister. Und dann hat er von den Balkan. Und dann hat er von Baumann, das war ein Allesmuster.